Willkommen zu einem neuen Video, heute spielen wir mal wieder Mörder Mystery im Hive mit dem lieben Philipp K Tut mir leid, aber du musst die Begrüßung nochmal machen, ich hab jetzt scheiße gelabert Ach nee ist mir jetzt egal, ey Daniel was bist du eigentlich? Was? Was bist du eigentlich? Du unschuldig? Ich bin Fortnite Ja unschuldig natürlich wie immer Ah ok Ich auch Machst du Begrüßung nochmal Ach komm Daniel Das ist nicht dein Ernst Ja doch Mach einfach Moin Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute spielen wir mal Minecraft Mörder Mystery Zusammen mit dem lieben Philipp Kass Amias Daniel Hallo Was für ein Start Was für ein Start einfach Ach Ja Oh scheiße 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 Alter Dich haben grad vier Leute oder so gesehen Dich haben grad vier Leute oder so gesehen Das trifft nicht Hallo 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 Ah da bist du Hallo Oh Ich bin so richtiges Arschloch Ich bin ein A-Lock Und das Spiel leckt Ich sehs Hat's grad nur bei dir auch geleckt Übelst Ja du stehst bei mir immer noch in der Luft einfach Lüroi Das war mir Das ist niemand Ich bin in meinem scheiß verdammten Element Der eine ist in der Toilette versteckt Der eine ist in der Toilette versteckt Der eine ist in der Toilette versteckt Gott da Umwelten guten Hinweis Danke Mit Bogen Der kommt jetzt Richtung Mitte Ich jetzt Da ist noch einer mit Bogen Alle drei mit Bogen Oh Das wird jetzt mies sein Das wird mies sein Das wird mies sein Das wird mies sein Egal Ich krieg's hin Ich krieg das hin Hallo 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 Alter Deiner hat daneben geschossen Ja das ist Du bist echt gestorben Ich bin gestorben Alter Alter 12 Mordes Ich bin ein Aslack Bei mir steht gar nix dran Ich hab euch Ich hab euch Ich hab euch alle geküttet Nicht alle Und zweite Zweier hab ich ausgewählt Hab ich einfach genommen Digga Zeilte Runde Neue Runde Neues Glück Und das ist jetzt die zweite Runde Bleib mal stehen Bleib mal stehen Scheiße Ich bin Sheriff Warte mal Bleib mal stehen Ich will dich erst Ich bin Nein Ich bin Unschuldig Ich bin nicht mal wirklich Unschuldig Ich habe die Macht Armahnen zu erschießen Keine Ich bin einer Aus Weiß wie lange die Runde eigentlich wirklich ging? Ich ging fast bis zu Ende Aber man hat gleich überlegt Ja, komm Überlegt man gleich Warum wird jemand getötet? Das ist die Frage Warum wird jemand getötet? Ich trinke die ganze Zeit Wasser, Alter Ja, das merke ich Weil ich kann eh nix kaufen mit den Münzen sonst Bogen hab ich ja schon Du kennst mit Münzen, du konntest, glaub ich, einen Kuchen kaufen Ja, okay, aber gibt's den in der Map hier? Ja Den Kuchen hab ich, glaub ich, weggegessen Hehehehe Krass Okay, ich hab wieder Speedboost Ich glaube, es wird heute niemand umgebracht, wie es aussieht Das glaub ich auch Oder der wartet zur letzten Minute dann Hotel auf einmal Ja, ne Alter, das war'n, Alter Im Magik Ich bin teleportiert durch den Daniel 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 Hallo Was geht? Hallo Was soll ich dich abschießen? Die hinten rennen äh, Mädchen hinterher Okay Alter, aber gleich drei, Junge, was ist mit dir los? Digga, du bist... Du mal Digga, du bist auch ein Mädchen? Du bist Nummer drei Ich hab'n geraten, ich bin grad los Digga, was wollen die von mir? Geht weg Ich muss das mir an Digga, sonst kommt niemand jetzt alle auf einmal, oder was? Ey, weißt du wie, das wär so geil, wenn's in real life wäre Ist es aber nicht, es ist in Minecraft Natürlich Ich weiß Digga, was könnte ich so als Short hochladen? Ja, kenn dich mal Digga, was ist das? Lass mich in Ruhe Hahahaha 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 Warte, ich muss kurz Clip machen Oh, der erste Tote Hahahaha Hahahaha Ich guck das gerade mir an Hahahaha Echt? Ne, sind schon zwei tot Double kill Assalamualakum Amunakuyum Ähm, also der Tote ist hier gewesen, guck hier Ja, ja, ich hab's gerade auch gesehen Das schon grab oder ja Digga, wie viele einfach kann ich die Münzen klauen Ich hab 16 Münzen, ich kann nix damit machen gefühlt Alter im Ernst Ich wurde einfach ohne Grund getötet Digga, ich wurde einfach ohne Grund getötet Digga, ich wurde einfach ohne Grund getötet Nur weil ich Ritter bin Heute Ganz random Ok, nice, wir haben gewonnen Echt jetzt? Oh ja, deswegen kann ich grad nicht springen Boah, Junge 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 Raus, hol dich Alter Hä? Die ist mir die ganze Zeit vorbeigelaufen Ok Jaja, keine Ahnung Welches Level bist du? Mörder? Äh... Level 24 24? Junge, ich bin 9 Ja klar Ja, klar Ich hab's auch Wo's raus gehabt Äh... Was bist du eigentlich? Wie lange gibt's schon? Dieses Server oder Modus? Boah Schon recht Zwei Jahre Zwei, drei Jahre Ok Also allgemein schon daheim Gibt's schon seit zwei Jahren Glaub ich Digga Ich hab... Digga, ich dachte grad Du gehst mir hinterher Ey Hab ich auch Ich hab Mörder gesehen Ich hab Mörder gesehen Ich hab Mörder gesehen Ich hab Mörder gesehen Oh mein Gott Ich hab Mörder gesehen Es ist ein Teddybär Es ist ein Teddybär Es ist ein verdammter Teddybär Ok Ja, ok Ich hab's gehört Alter Hat er mich erschrocken Leck mich alter Welche Farbe hat er eigentlich? Äh... Es ist ein Teddybär Ja, aber welche Farbe? Ja Vielleicht erkenne ich von hinten nicht Das Gesicht oder so Ja, natürlich Oh Er kommt weg, er kommt weg, er kommt weg Er kommt weg, er kommt weg Er kommt, er kommt Es ist ein verdammter Teddybär Das sah bisschen aus wie ein Otter Äh... Digga Wie ein Otter Ja, das ist ein Teddybär Ja, das ist ein Teddybär Das ist hier auf den ersten Blick Das ist ein Teddybär Oh, ungewohnt Äh... Alter Ich kann hier hoch Ich zieh einfach ihn mit nem Messer Ich zieh ihn einfach Wow Jetzt hat das Gin... Ja Hä, hat das Gin gewechselt? Ja, aber... Ohne Shirts Aber es war ein Teddybär Wie du meinst Alter, mies war das grad Ich sag dir das Das war grad so ziemlich mies Ich kam so hoch Ich zieh ihn mit nem Messer Da ist die B Da ist die B Hallo die B Es läuft... Ich lauf Manu hinterher Hallo Mach das Ach äh... Bist du oben oder unten? Ich bin oben Äh, was bist... Oh mein... Das ist so Mädchen mit Blumen am... Ich weiß Auf den Haaren Ich hab Manu gefunden Ich weiß Ich weiß Digga, das ist wirklich hier Sie ist hier Ich seh den Werder Ich seh den Padam... Digga, die hat mich schon vor zwei Runden verfolgt Und fertig Ich... 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 Ah, hier guck Ich... Ich... Ah, wir sind mal im Museum Oh scheiße, ich glaub du wärst Mörder Digga, ich bin Sheriff Und ich hab nicht mal ein Prozent Sheriff Hä? Scherif? Ah Manu, darf ich dich jetzt abschießen? Nein Nein Schade Ich bin unschuldig, verdammte Scheiße Das sagst du jetzt noch Ich sag die Unschuldigung in Ruhe Nur weil ich mal Mörder war und dich umgebracht habe, heißt das nicht, dass ich... 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 Ja, trotzdem einfach außer Revanche Alter, das kannst du machen, wenn ich wirklich Mörder und du äh Sheriff wirst Boah, das ist aber unabartig Nee Boah, ich bin nicht der Fieße Boah, ich bin nicht der Fieße Ich bin heilig Obwohl eigentlich könnten wir's so machen, du bist so Lockvogel Und ich war's so mit Bogen dann Alter, das ist ziemlich sadistisch Warum ist die Taktik? Die Taktik war auch sadistisch Warum? Ich spawncampe bloß Achso, warte, ich bin ja brav Okay, Wollt, kann man sein Das ist was lustig, wenn jetzt einfach jemand gleich, ähm, fütten würde Ja Ich fahr' nur drauf Ich fahr' ja auch drauf Ich verfahr' jetzt nen Diamantblock Na, ich hab' jetzt, ähm... Ich hab' jetzt nämlich, äh, Bogen Okay, nice Ja, können wir eigentlich treffen, wo bist du gerade? Äh, ich bin irgendwo, keine Ahnung Bin in der Nähe von den, äh... Ich bin in der Nähe von den Planeten Die Geilung Es könnte sein, dass ich der Spieler mit den meisten Münzen bin Alle Weggeschnappt Noch einer Oh, lila Münze, let's go Ich hab' schon 18 Münzen Das ist die Irgendwie suspicious Also du hast eine AFK Soll ich einfach auf Risk machen, dass die den Mörderin ist und verschießen oder nicht? Ich komm' mit Hier ist so ne Sphinx, äh... Ja, diese Wüsten-Sphinx da Keine Ahnung, ich... Ich fühl' mich irgendwie grad so... Ziemlich... Verwirrt Hm... Soll ich einfach schießen auf gut Glück? Ja oder nein? Mach lieb' Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, sie ist es nicht Zum Glück hab' ich gestopfen Ich hab' sie, ich hab' sie... Ich weiß, wer der Mörder ist Es ist eine mit Neon... Ähm... Neon... Äh... Ich glaub' Perkis Ich hab' sie ges... Ich seh' sie, ich seh' sie Ich bin direkt hinter ihr Wo ist die? Wo ist die? Da bei den Dinosauriern Jetzt geht's ihnen das andere zu noch Oh Gott, hier bin ich auch, hier bin ich auch Ich seh' sie, ich seh' sie Nein! Ich hab' daneben Oh mein Gott, das war ein Schleim... Ich hab' den Schleimarm geschossen Alter! Der hat mich direkt erschossen Der hat mich direkt erschossen So, okay, dann... War's mit diesem... Okay, das war's mit diesem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, lasst ein Like da... Wie viel Münzen hab' ich? Und ein Abo Würde mich sehr freuen Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao!